Hallo, mein Name ist Jörg Knoblauch und neben mir steht Walter Stuber und Dirk Eckert. So, die beiden stehen nicht zufällig hier, sondern es geht um den Temp Award. Der wird gegeben für eine Firma, die einfach hervorragende Arbeit macht und Ergebnisse erzielt. So, ich fange mal ganz vorne an. Frage an Walter Stuber. Ihr habt ein Buch geschrieben über die zwei verrückten Unternehmer, ein Mutmacherbuch. Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, wir wollten also junge Menschen Mut machen, ein eigenes Unternehmen zu gründen und wir wollten ihnen schon vorab mal sagen, wo unsere Niederlagen waren und was wir besonders gut gemacht haben. Und dafür lohnt es sich, das Buch zu kaufen. Es ist ein Handbuch, wo man dann durcharbeiten kann. Besonders gut gemacht haben, aber auch besonders verrückt gemacht haben. Ja, wir haben ein verrücktes Format genommen. Wir lieben hoch, das passt nicht in jedes Regal und man muss es auch querlegen. Die Buchläden schätzen das nicht so, aber das ist deswegen ein verrücktes Format. Und ja, es ist also spannend, wie viele junge Leute das kaufen. Aber die andere Gruppe, wo wir auch ansprechen wollten, es waren Mütter, die so mit 45 wieder ins Berufsleben zurückkommen wollen. Die wollen wir natürlich ansprechen. Macht euch selbstständig, lasst euch nicht darauf ein, für Mindestlohn arbeiten zu gehen. Also euer Thema ist einfach auch Brand Recognition, würde man im Schwäbischen sagen. Also Employer Branding, die Marke aufbauen, den Leuchtturm zum Strahlen zu bringen. Und das ist mit den zwei Büchern mittlerweile. Drittes in der Pipeline, oder? So ähnlich. Ja, Drittes in der Pipeline. Ist das gelungen. Ich frage mal an Dirk Weidach. Sag was zu eurem Geschäftsmodell. Womit verdient ihr euer Geld? Soll ich das gleich mal nehmen? Ja. Also unser Geld verdienen wir seit 2001 mit dem Spezialgerüstbau. Das sind Talsperren, das sind Türme, das sind so unsere speziellen Dinge, die wir einrüsten. Also dieses herkömmliche Fassadengerüst für den Maler-Dachdecker, das ist nicht so unser Metier. Damit verdienen wir noch etwas Geld in unserer Niederlassung in Braunschweig. Aber im gesamten Bundesgebiet machen wir halt spezielle Dinge, total auf den Kunden zugeschnitten und abgestimmt. Voll nach den Wünschen unserer Kunden. Also da ist von einer Einhausung bis zu einer Brücke alles möglich. Und wenn man sich jetzt so einen Stausee mit einer Wahnsinnsmauer vorstellt und die Gerüste da dran, dann ist das ja keine einfache Geschichte. Jetzt seid ihr im Osten Deutschlands und Personal ist ja hier unser Thema. Wie findet ihr solche Leute, die diesem Anspruch genügen? Also als erstes muss ich sagen, wir haben unsere Mitarbeiter, die sind alle so ungefähr 100 Kilometer um unseren Standort Rosswein. Ringsrum wohnen die und sind da zu Hause. Wir haben zwei Mitarbeiter, die kommen von weiter weg. Aber wir rekrutieren unsere Mitarbeiter natürlich viel über die sozialen Netzwerke. Wir machen ganz, ganz viel Werbung in Facebook, Instagram und alle Sachen, die da laufen. Der Walter ist da sehr, sehr herrührig und wir bleiben natürlich authentisch. Also wir beweihräuchern uns nicht mit irgendwelchen Sachen, die wir schon getan haben, sondern wir versuchen immer am Zeit und am Puls der Zeit zu bleiben und junge Leute für den Beruf des Gerüstbaus zu interessieren. Und wir machen natürlich ganz verrückte Sachen, wie zum Beispiel Pizzakartons oder die Lehrlinge kriegen bei uns in Fallschirmsprung kostenlos, wenn sie bei uns anfangen. Und leider so verrückte Dinge. Also, wir kommen zum Ende. Und trotzdem noch die Frage, weißt du, vielleicht an Walter Stuber nochmal gerichtet. Social Media in unserem Alter ist ja nun nicht das Normalste der Welt, aber deine Posts, die liest man morgens, mittags, abends, nachts unermüdlich. Wenn du das noch vielleicht kommentierst. Ja, die liest man deswegen, weil wir jetzt in der Zwischenzeit, bin ich bei 800 Gruppen und ich habe festgestellt, da sind meine Fans auch in diesen Gruppen, die folgen mir teilweise durch die Gruppen durch. Das ist das Interessante. Und es ist nicht nur Facebook. Ich muss einfach sagen, verrückt denken ist einfach mal ins Kino zu gehen im Westen, als Ostbetrieb und zu sagen, kommt einfach mal zu uns rüber. Hier habt ihr günstige Baugrundstücke. Ihr könnt hier ein Baugrundstück bekommen für 100.000 Euro und billiger. Und ihr könnt, dann habt ihr die Großstädte Leipzig, Dresden, Chemnitz vor der Haustür, Berlin in zwei Stunden. Und ihr könnt dann noch ein Haus draufbauen für 250.000. Und bei uns kriegt ihr den Lohn wie der Westen. Und noch ein bisschen mehr. So, also das war jetzt der Sales Talk der Firma. Und jeder hat sich eingeladen, sich hier zu bewerben. Aber festzuhalten ist, ihr seid eine vorbildliche Company und ihr habt diesen Preis verdient. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.